Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir zeigen hier eine Weltneuheit. Das ist ein Eckverbinder, der erlaubt uns mit diesem System zu bauen und zwar jede Grösse. Ich kann bis zu sechs Meter Rahmen bauen. Da braucht man kein Werkzeug. Es ist ein Steckverbinder mit Selbstarritierung. Und das ist der Vorteil. Die Aussteller, respektive Messebauer, können das leicht selber zusammenbauen. Das Neueste, was auch noch auf dem Markt ist, ist ein Textil-Leuchtkassenprofil, nur noch drei Millimeter breit. Das Licht muss bis an den Rand gehen. Also das Element muss ausgeleuchtet sein. Und das ist der Vorteil von diesem neuen Profil.